Willkommen von der MOBA Wirkungs 2016, wo wir hier bei Samsung sind, wo das Samsung Galaxy S7 und das S7 Edge vorgestellt wurden, aber auch eine schöne neue Kamera und zwar die Samsung 63 WR Kamera. Das heißt, wir können hier wunderbar in 360 Grad Videos aufnehmen, mit der bis zu 30 Megapixel Kamera auf Fotos schießen und wir sehen können natürlich in beide Richtungen haben wir hier in dieser ballförmigen Geschichte einfach Kameras drin, die entsprechend uns einfach ermöglichen werden, für Oculus zum Beispiel und andere VR-Lösungen hier Inhalte aufzunehmen, wo wir uns einfach umschauen können in der Brille und alles sehen können, was um uns drum ist. Wir haben hier eine Kamera auf der Seite, auf der anderen Seite noch eine Kamera und noch eine weitere. Also wir haben hier viele Kameras mit drin, wir haben einmal eine einfache Menü-Taste und eine Zurück-Taste, aber auch Bluetooth und An- und Ausschalt-Taste, beziehungsweise oben können wir das Video auch aufnehmen zu starten oder auf Fotos schießen. Hier haben wir ein bisschen noch ein Display, damit wir auch noch erkennen können, ich denke mal, wie viele Bilder und Videos wir noch machen. Können wir das Ganze auf der Seite aufmachen, wie ihr sehen könnt, das Ganze auch hier schön ein bisschen wasserdicht gebaut mit den Gumminappen-Noppen. Können wir das Ganze einfach aufladen, der MicroSD hat natürlich den Speicherweitern oder hier den Akku auch austauschen, der auch super groß ist, hier mit 1350 mAh in der Samsung 360 WR-Kamera, die hier auf dem Markt demnächst erhältlich sein wird. Ich hoffe mal, ich kann hier das Ganze auch wieder zumachen. Bei den Prototypen per NFC können wir uns einfach verbinden und ich denke mal, den Standfuß, den können wir auch ganz einfach abdrehen und dann kann man jedes Standard-Stativ hier dran drehen, aber auch das, was Samsung mitliefertiert ist, ganz kleine, putzige, auch einfach wieder dran machen, mit dem man das auch ganz gut halten kann eigentlich. Und ja, im Preis haben wir noch nicht, das Ganze ist ein noch Prototyp im Prototyp-Stadium befindliches Gerät, ein super Teil, aber wir müssen das Ganze auch rausnehmen, austesten und wie dann wirklich die Qualität im Video ist, denn in Fotos haben andere, zum Beispiel Rico und LG auch schon gezeigt, dass sie sowas bauen können. Mein Name ist Marischka von der MBC 2016, bis zum nächsten Mal, wie das so geschaut hat.